Und damit willkommen mal seit langer, langer Zeit zu einer Runde Klingfloor. Und wir haben das ja schon etwas länger nicht mehr gespielt. Jetzt ist es wieder da. Ich habe ein bisschen im Hals, sorry, aber... Mittlerweile gibt es auch ein bisschen Update-mäßig, neuen Content, etc. Wir sind einfach mal gespannt und zocken das Ganze im Koop. Mal sehen, was heißt im Koop, weißt du, ne? Siehst du ja rechts, ne? Wir sind momentan zu zweit, aber... Die Lobby wird bestimmt noch voll und mal sehen, was es so Neues gibt. Schauen wir einfach mal rein. Und ich blende auch das Teamspeak gleich mal ein. Schwierigkeit normal, ja. Länge, kurze Wellen. Lange Wellen, so zehn Stück, oder? Zehn haben wir mal, glaube ich, gehabt hier. Ja. So. Hm. Wir haben es heute am 21.10. 2.12 Uhr. Ich kann sehen, dass er hier auch ein Spiel findet. Noch sucht er. Sonst machen wir das anders. Wenn das zu lange dauert, dann gehen wir einfach in ein Spiel rein, wo schon eins ist. Ja, das dauert zu lange, dann gehen wir einfach aufs Spiel finden. Ich wünsche mir, dass es kein Sound kommt. So, er suchte einfach irgendein Spiel. Ja, mal sehen. Das wird dann wieder gesperrt durch den Sound. Ich lasse es mal so leise. Ja. Das mit der Spielersuche ging früher aber schneller, glaube ich. Weil das wird schon noch oft gespielt, also da sind noch viele im Multiplayer, also das sind tausend Spieler mindestens. Ne, dann machen wir es noch anders in den Server-Browser. So, dann gehen wir einfach in irgendeinem Browser rein. Viele gefunden, ja, da sind... ... gut, ob Leute drin sind. Ich finde ja hier über tausend Server insgesamt. Favoriten, öffentlich. Browsen. So, und dann suchen wir uns jetzt eins aus. Platz ist. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Ja, da müssen wir einfach wieder richtig reinkommen hier in das Ganze. Ja, da ist quasi wieder wie ein Erststart, das haben wir jetzt schon fast zwei Jahre nicht mehr gespielt, ey. Schnell läuft die Zeit. Ich mach dabei halt mal Kisten auf. Ja. 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 Ja, das geht los. Drücken Sie F10, um den Ladevorgang abzubrechen. Ah nein. Dann steht da, ich soll F10 drücken. Ich nehme an, dass dein Mangel an Rüstung Teil einer Strategie ist. Oder bist du einfach dumm? So, ein Katana habe ich auch. Aber wir können jetzt ja wieder zappeln hier. Oh. Bannchen. Bannchen, dick. Boah, geil, hier mit den Glocken, Alter. Haben wir. Hm, wilde 7 von 10. Blieben die Fetzen, Alter. Alter, geil. Ja, boah, wo ich mir hin? Das Katana meßtelt aber richtig berg, Alter. Naja, weil das schnell ist. Scharf ist das. Gut, ich bin schon wieder zurück. Boah, da bin ich so angekotzt von der Seite, Alter. Oha, der ist großartig. Das ist irgendwie die andere Richtung. Eieiei, das kann eng werden. Das kann richtig eng werden. Ah, jetzt kann ich hier durch. Lauf, Mensch. Nee. Ach, jetzt fäll ich mich heilen. Oh, das war knapp, ey. Gerade so. Nee. Doch nicht. Level 20 ist Maximallevel, ne? Ich glaub. Oh, das ist gut, danke. Achtung, hier irgendwo ist ein Tottelter selbst. Oh, nein. Ja, ja. Ihr habt diese Mille fast geschafft. Gut geschaffen. Nee, der ist schon Level 21, Kommando. Ach, jetzt ist natürlich auch mein Katana weg. Das liegt irgendwo rum. Hier liegt es doch noch. Haha. So, wunderbar. Wunderbar. Ist dir klar, dass du keine Rüstung hast? Okay. Auch wenn der Schweingutag hat, wird geschlachtet. Ausweiter. Was soll das Schwein ausweiten, Alter? Ja, ich hab auch mal was weiter. Mach den Nasszauger bereit. Nein, den großen. Nein, den ganzen. Das ist doch, was soll ich nicht? Deswegen kann er auch mal die Keine THEY aufbauen. Ja, ich bin, der ist doch immer wieder Score. Oh, nein. Dein Körner hat mir schon sehr wichtig. Ich weiß, dass du gut gemacht hast, was. Ja, ich bin, dass ich nicht. Aber ich bin, dass du gefeiert. Oh, genau. Ich bin, dass du das ist. Ich bin. Ich bin, dass du da bist. Das gibt ja auch Killing Floor schon mit VR, ne? Ja. Bloß, äh, das wird zu krank, Alter. Generell, die Brüttel setze ich da sowieso nicht auf, Alter. Aufgabe abgeschlossen. Aha. Das ist auch immer für eine Aufgabe. Ah. Juck, das Auge. Wo ist mein Katana? Hier. Okay. 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 Das ist geil, ey. Und auf den Latz. Den hat's zerrissen. Den hat's voll zerrissen, Alter. Das ist jetzt slow mo, Alter. Oh, Alter. Ja. Ah, nein. Die sollen die Waffen machen und dann nebenher. Ähh. Schau ab, Alter Obwohl, da kannst du rangehen Was ist das denn hier, eine Fledermaus? Ja, das ist ein geiles Level-Design, ne? Überraschend Überraschend? Alter, hier ist alles voller Luft Sag mal, wie weit muss man nachher? Die Schaufel kommt jetzt mal weg hier Ja, das andere kann ich mir nicht leisten Hätte ich einen Ausweiter Aber das Tartana ist auch geil Schon komplett in Ordnung Rennen wir mal wieder zurück Ich bin noch gespannt, ob wir, wenn wir das alles geschafft haben, eine Errungenschaft bekommen Weil eigentlich gibt es für jede Map, wenn man die geschafft hat, eine Errungenschaft Ach du Schande Stolle, Alter Das ist nicht so unterschätzend, ey Ich geh mal wieder zu einem ganz anderen Kollegen hin Ich geh mal wieder zu einem ganz anderen Kollegen hin Boah 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 Böse, Alter Ja Das sind ja Den kannst du nicht durchsehen Doch Doch Du kannst öfters teilen Und die Glocken, Alter Geil Und die Glocken, Alter Geil Das fetzt, ey Und die Glocken Alter, das ist so schnell, der Tartana, Alter Das ist so schnell, der Tartana, Alter Oh, der hat mit der Fettgabe Boah, aber der fetzt mit der Fettgabe Granate aus dem Alter Machen ruhig, komm Ich hab noch ein paar davon Buff Kommt, aber nicht in die Vögel Mhhhhh. Fühlst du dich geschnitten? Hohohohohohohoho. Ach. Also ich kenn keinen für gleichbares Spiel, ey. Hahaha. Der Buddy-Hase hier. Was faxen, Alter. Wie kann man sich denn ducken, Alter? Warte mal. Hahaha. Hahaha. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht mit den Emotionen, Alter. Ich weiß es nicht. Meine Frau kann ja auch tanzen, ey. Ey. Hier. Ich muss mal sehen, wie man tanzen kann, ey. Kann das nicht mehr bedienen, ey. Egal. Weißt du, wie man Emotions machen kann? Ah, der Flash-Pound. Der Stier in eine... Gute Frage. Irgendwie ging das ja, aber wie? Zeigt er hier alles an, aber... Kann es leider nicht aktivieren. Nein. Gar kein Controller-Stick, egal. Ich krieg jetzt den Ausweiter. Ja, meiner liegt irgendwo rum, aber frau mich jetzt nicht wo. Ja, also das Katana ist mir das stärkste beim Berserker. Weil das so schnell ist, ey. Was? Töckle, das Schweinchen. Nein, nicht verkaufen. Pulverisator. Nicht Penetrator. Ja, die Penetrator, Alter. Hier bei Saints Row, Alter. Das ist mit dem Dildo-Kämpfen, Alter. Die Zeit zum Handeln ist um. Habt ihr bekommen, was ihr braucht, um zu überleben? Das ist die letzte Fälle. Nee. Oder? Doch, 10 von 10, ja. Hhh. Boah! Alte, das zieht aber richtig der Match, ey. Boah! Boah! Ich brauch hier nur ein bisschen Zeit, ihn zu erholen, ey. Boah! Oh! Oh! Man! Die hab ich voll Stopp der Club gemacht, Alter. Der macht viel Spaß, ey. Das sind bestimmt Profi-Spieler, ey. Die schaffen das. Von so wecken Spielen müssen wir noch mehr haben. Das sind noch einige über Steam, ey. Muss ich mal Ausschau halten. Oh! Na ja, muss aufpassen. Letzte Welle. Alles klar, keine Money mehr. Macht nix. Oder noch Nahkampf. Na, ich schau dir zu. Ach, du spielst Scharfschürze? Ja, ich hab mal gewechselt. Ach so. Boah, gegen zwei. Oh, 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 oh. Dann muss man vorsichtig sein. Wow! Und was bräuchte noch rum. Bam, mal da. Bam, bam, bam. Oh, 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 oh. Och, da war knapp. Ach, du Scheiße. Okay. Okay, dann mach ich dir die Kleen. Mach du die Großen. Ja, dann musst du irgendwie auch mal ein bisschen heilen, weil... Ich hab keine Energie mehr. Also ich kann nicht mehr Kugeln. Aber doch jetzt. Okay, ist das ein Feldsanitäter. Flüht ja auch mit. Der kann dich heilen. Der macht aber nie. Ist ja das Blöde. Ne? Ne. Hast du rausgefunden, wie man sich selber heilen kann? Äh, mit Kuh. G ist, glaub, Granate. Und Kuh ist Heilung. Ja, Kuh ist so eine Spritze. Wunderbar. Ja, die Spritze. Ich kenn das von früher noch, aber hab ich nicht hinbekommen mit Controller. Achso, das will ich nicht kontrollieren. Naja, aber dann drück ich halt auf Kuh auf der Tastatur. Ich sitze hier in meinem Sessel im Schneidersitz. Ganz chillig. Boah, hab ich die Bälle geschafft, dann müsste das jetzt eigentlich ne Rundschaft geben. Einer noch. Ja, jetzt kommt der Endgegner, ja. Achso, genau. Das ist halt ganz wert dessen. Ein paar haben überlebt. Ein gültiger Test. Ist jemand schon am Scherben? Hier geht es klasse. Eignet sich gut für Schädelbrüche. Hier. Pff, mehr wert als du, oder? Habe ich das noch für Stratana? Ja. Hallo, du. Das reicht. Nee, dafür reicht es leider nicht. Bis das echte Experiment beginnt. Wir sind ein super Team, oder? Fred Fred, wo ist mein Notizflock? Die nächste Welle hat schon angefangen. Na Gott. Das ist ein neuer Boss. Den kennen wir noch nicht. Hans Wolker. Oder doch? Den kennen wir doch schon. Ich nicht, nee. Bisschen sind auch neue Bosse dazu gekommen. Und Zeit für ein neues Experiment. Der ist Munition. Der ist mit DAS. Na. Pff. 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 für keiner. Der Hulk war geil von der Performance. Hei, der hat sich wieder geheilt, ey. Ich muss mich auch heilen! Ja, jetzt war Abi mich geheilt. rooms ho 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 ho! Alles klar ist das, ey Der ist auch schwer, ist der auch schwer. Der ist auch krass. Aieieieieiei! Held! Held! Komm! Komm! Komm her du! Boah! Alter was ist jetzt los? Ich hab mich gepackt, Alter! Boah! Eieieieiei! Oh, der hat mich voll down gemacht! Soktor! Boah! 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 ist fast tot. Schwer am Feiern. Ja, schwerer Scharfschütze, keine Ahnung. Aber die Errungenschaft wurde anders eingeblendet jetzt als wie sonst. Ich glaube ich spiele den Big Picture Modus. Ich weiß nicht, ich stehe mal woanders, mal oben links, mal oben rechts, mal unten. Ne, bei mir ist es im Big Picture Modus. Der General Crosser bestimmt das Lenkrad auch nicht. Weil er jetzt immer automatisch da rein geht. Ich bin jetzt auf. Ja. So, ich kann mir für eine Map stimmen. Meine lieben Freunde, ihr seht wie viele Maps das hier gibt. Reichlich. Ich stimme für Luftschiff. Luftschiff? Doch. Keine Ahnung, was das für eine Map ist. Also es gibt ja jede Menge neue Content. Ja, dann müssen wir uns die Errungenschaften angucken für das nächste Mal. Dann wissen wir welche Maps wir noch nicht haben. Also nochmal zum Vergleich von früher. Da konnte man nicht so weit runter scrollen. Außer man hat Spieler dabei gehabt, die Mod-Maps hatten, dann konnte man die auch auswählen. Also jetzt gibt es schon jede Menge neue Maps auf jeden Fall, ja. Oh, das Spiel wird immer weiterentwickelt. Ja, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge von Killflow 2. Ciao! 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 Vielen Dank.